Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute mit einem kleinen Let's Read Code. Ja, wir kombinieren hier einfach alles mal miteinander. Okay, und zwar soll es heute um den Genesis Block gehen. Das ist der allererste Block auf der Blockchain, das heißt das Grundfragment sozusagen. Den kann man nicht so einfach ändern, denn dazu müsste man wirklich den Code von Bitcoin ändern. Und das geht natürlich nicht ohne weiteres. Und zwar, Bitcoin hat sich quasi dazu entschieden, einfach zu sagen, ich möchte dieses Ding komplett hardcoded in mir drin haben. Das ist sozusagen das Grundfragment und alle weiteren Blöcke benutzen den Genesis Block. Das heißt, die bauen auf dem Genesis Block drauf auf. So, kurze Anmerkung von vor ein paar Videos. Hier unten sind übrigens noch die weiteren Seeds drin, also die DNS Seeds. Ich habe euch letztes Mal oder damals das seed.bitcoin.zipa.be vorgestellt. Hier die weiteren Seeds, das sind natürlich noch ein paar mehr dabei. Aber sie sind tatsächlich alle auch hardcoded. Also das waren die Seeds, die man zum Initialisieren des Netzes gebraucht hat. Und ja, hier sehen wir jetzt den Code für unseren Genesis Block. Der geht von hier bis hier. Ist eigentlich voll wenig. So, okay, was hat man als erstes gesagt? Man hat hier zuerst gesagt, unsere Nons sozusagen oder besser gesagt unsere Timestamps, so hieß es hier zumindest. Das ist einfach das. Das ist auch ein kleines Easter Egg übrigens, damit man weiß, wann der erste Block erstellt wurde. The Times, 3. Januar 2009. Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Das war tatsächlich ein Artikel in der Times am 3. Januar 2009. Ist wirklich so. Ich habe es nachgeguckt. Und ja, das ist sozusagen unser Random Wert hier gewesen. Dann hat man hier gesagt, okay, ich habe hier eine neue Transaktion. Meine Inputs ist einer. Meine Outputs ist auch nur genau einer. Und dann hat man hier die Inputs und die Outputs erstellt. Das war die Coinbase Transaktion. Das heißt, hier musste man eigentlich nicht wirklich einen Input und Output geben. Wir gucken uns das Ganze trotzdem mal an. Ist ein bisschen komplizierter. Hier hat man irgendwie einen Vektor genommen. Und ich probiere das jetzt gerade mal hier rüber zu kriegen. Ist auch wirklich ein bisschen Wurstcode. Muss man schon sagen. Aber hier sehen wir, die Timestamp ist reingemixt worden. Und dann gleichzeitig natürlich noch hier die Länge von der Timestamp. Okay. Und ja, jetzt gehe ich wieder rüber. Das wäre einfacher, wenn das Ganze... Na egal. Okay. Hier unten hat man dann gesagt, der Output ist natürlich 50 Bitcoins. Also 50 mal Coin. Bitcoin war eine Coin. Das ist der Genesis Block Output gewesen. Die ersten paar... Oder besser gesagt, die ersten vier Jahre im Bitcoin-Netzwerk gab es, wenn man einen Block gemeint hat. 50 Bitcoin. Da hätte man wahrscheinlich mal anfangen sollen zu meinen. Heute gibt es nur noch 12,5 und es gibt viel mehr Leute, die das Ganze meinen. Aber egal. Hier sehen wir auch Script Pub Key. Das ist einfach der Public Key, der hier angegeben wird. Also an den quasi das Ganze überwiesen wurde. Und zwar es wurden 50 Bitcoin an den Public Key, der hier überwiesen. Dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt meine Transaktion. Die pushe ich in meinen Genesis Block. Da ist wirklich auch nur diese eine Transaktion drin. Dann berechne ich hier erstmal meinen Previous Block. Der Previous Block oder der Hashwert des Previous Block ist tatsächlich 0. Das heißt, ja, es gibt einfach keinen Vorgänger Block mehr. Und dann hat man gesagt, ich möchte hier meinen Merkle Baum erstellen. Was das genau ist, das werden wir uns auch noch angucken in den nächsten paar Videos. Dann haben wir hier die Version gesetzt. Die Genesis Block Version auf 1 gesetzt. Die Zeit auf den Wert gesetzt, was eigentlich hier der 3. Januar sein sollte. Und dann hat man hier eben Bits und Nons noch gesetzt. So, und also wie gesagt, diese Timestamp ist nicht die Nons in dem Sinne, sondern sie war hier halt die Nons des Coinbase Scripts. Haben wir uns auch schon, glaube ich, ein bisschen genauer angeguckt. Okay, und dann hat man natürlich hier den Hashwert berechnet. Und hat gesagt, okay, mein Code darf fehlschlagen, wenn mein Hashwert irgendwie komisch ist. Und zwar hat man hier einfach gesagt, festgelegt, der Hashwert von diesem Block ist genau das da. Und der Merkle Root ist genau das da. Also das heißt, da lässt sich jetzt nichts mehr dran rütteln. Das ist alles fest. Und wenn irgendwas davon geändert wird, dann schlägt alles fehl hier. Wunderbar. Und ja, das ist eigentlich auch schon ziemlich das, was den Genesis Block ausmacht. Hier war wirklich einfach alles hardcoded. Aber jetzt seht ihr auch mal so im Code, wie so eine Transaktion eigentlich aussieht. Also wir haben hier einen Input, einen Output. Der Output braucht natürlich einen Value. Der Input braucht keinen Value, weil es ein Coinbase ist. Also der generiert Bitcoin. Und dann brauchen wir natürlich den Public hier, an den das Ganze überwiesen wurde. Und wir brauchen einen Block und einen vorherigen Block. Und wir brauchen einen Hashwert und eine Time und Bits und eine Nons. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Also das sind, keine Ahnung, 15 Zeilen Code oder sowas. Um den Block zu erstellen. Also ich habe jetzt hier die Asserts nicht mitgezählt und diese leere Zeile habe ich logischerweise auch nicht mitgezählt. Dann sind es tatsächlich 15 Zeilen. Und das ist eigentlich echt in Ordnung, muss man sagen. Geht natürlich heutzutage schon wieder deutlich einfacher, weil es irgendwelche Python-Bibliotheken gibt, wo man einfach nur noch ein paar Variablen angeben muss und dann wird alles automatisch gemacht. Aber so wurde es tatsächlich hier im Bitcoin-Netzwerk, im Code wirklich gemacht. Und der ist auch heute noch aktuell übrigens. Den benutzen mehrere Millionen Leute. Cool. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.